So, ein Küken, von dem wir uns sehr viel erwarten. Und womit mit recht 17 Jahre jungen Schülerin aus Sankt Marien in Österreich. Hier ist Sophie Kessler. War in Österreich im vergangenen Jahr zweitbeste Frau hinter einer gewissen Stefanie Noppinger, mittlerweile Edelmann. Das deutet an, was sie drauf hat. Ich finde viel beeindruckender, dass sie bei den Staatsmeisterschaften im Speedklettern weit vorne war in Österreich, im Combined weit vorne war, mehrere Landesmeistertitel im Bouldern, Seilklettern und Speedklettern. Also wenn du über Grundvoraussetzungen für den Ninja-Sport sprichst, dann sind die bei ihr auch mal ganz sicher gegeben. Grund zur Unterstützung, da sehen wir, hat sie den Papa mitgebracht. Ja, und er ist ganz sicher stolz auf seine Tochter und bis hierhin hat sie einen tollen Lauf hingelegt. Boah, ist die gut. Wir haben eine 16-Jährige im Halbfinale mit Leonie dabei. Kommt jetzt die 17-Jährige aus Österreich, Sophie Kessler, dazu. Es deutet sich an. Die Frage ist jetzt gleich, weil sie da alle immer so einen Respekt vorhaben, das Balancehindernis. Das wäre bitter. So, und da siehst du, dass für Kletterer, Klettererinnen, Klettererinnen, Kletterer, für Sportlerinnen, die Klettern ausüben, typische, dass ihr das alles im Kopf schon mal durchgeht. Super, aber ganz souverän und da, aber wir sehen wieder an der Reaktion, davor ist immer großer Respekt da. Jetzt bewegt sie sich wieder in Richtung Kernkompetenz. Gut, nur nichts falsch machen, kein Flüchtigkeitsfehler, greift dann nochmal nach. Genau, und zupacken kann sie. Ja, ja, also das da ist kein Problem. So, jetzt werden wir es sehen. Das wird so spannend nächste Woche, wenn wir mit den Halbfinals beginnen. Wir haben ja zwei Halbfinalshows. Da sind jetzt Junge dabei, die richtig eingreifen in diese Vorherrschaft. Einer Astrid Siebon, einer Aline Schüßler und einer Steffi Noppinger. Fehler, Fehler, komm, komm Mädel. Jawohl, kann sie ausgleichen. Kraftausdauer hat die. Jawohl. Ja, und die wird sie jetzt auch brauchen für den Brillenweg, denn der hat es nochmal richtig in sich. Ja, jetzt geht es rüber zur ersten Brille und da kämpft sie schon. Ah, das wird schwierig. Das wird schwierig, vor allem jetzt die Brille wieder einzuhaken. Oh, jetzt hat sie das Problem. Warte doch mal. Ja, aber die pumpt, sie pumpt. Die pumpt, aber jetzt kann jeder Schritt entscheidend sein in der Frauenwertung, nämlich nach vorne kommen. Na, sie ist jetzt schon die beste Frau. Na? Doch, 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 sie hat ja den ersten Haken schon erreicht. Ach stimmt, sorry. Ja, aber sie hängt sich dann nochmal aus, also für mich ist das noch nicht komplett das Ende der Fahnenstange. Boah, ist sie gut? Geht sie hinten rum? Ja, ich glaube, es ist die geschicktere Variante. Ne, muss sie aber nicht. Boah! Ja, mein lieber Scholli. Junge Frau, das ist ja ganz großes Kino. Und was haben sie so im Teenager-Alter gemacht? Abgehangen. Boah! So, kann sie das nochmal hinbekommen? Das wäre der Wahnsinn. Gandhi! Nein, 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 nein! Was für eine großartige Leistung. Das wird dafür sorgen, dass die Laura aus dem Sattel geht. Hier auf dieser Startplattform stehe ich, von Ninja Warrior Germany. Und da standen schon sehr, sehr viele Menschen. Und komplette Folgen mit Menschen auf dieser Startplattform, die gibt es hier bei RTL Plus. Oder kleine Schnipsel von unfassbar tollen Läufen von Athleten und Athletinnen. Die gibt es hier. Also, ich würde da ja draufklicken, wenn ich du wäre.